Herzlich willkommen zu Vlog Nummer 5. Es ist Ostern, beziehungsweise morgen ist Ostern. Wir haben jetzt, glaube ich, 21 Uhr und ich muss noch ganz schnell die Ostersachen verstecken. Kies wollte heute unbedingt schon ganz, ganz früh ins Bett. Um 18 Uhr hat er schon gesagt, Mama, ich möchte ins Bett, damit er schläft und dann umso schneller morgen ist. Ist ja logisch. Ja, er ist dann aber um 20 Uhr ungefähr ins Bett gegangen und dann hat er noch fast eine Stunde gebraucht, bis er tatsächlich mal geschlafen hat. Er war nämlich so aufgeregt und bei jedem kleinsten Geräusch war er sofort wieder hellwach. Was aber halt nur die Katzen waren, die die Geräusche gemacht haben. Und ja, der Osterhase war natürlich noch nicht da. Das muss ich jetzt eben machen. Ja, da wir ja keinen Garten haben, werde ich die Sachen dieses Mal in seinem Kinderzimmer verstecken. Normalerweise haben wir das eigentlich immer im Wohnzimmer sonst gemacht. Aber jetzt haben wir ja noch die beiden kleinen Katzen und die lieben es, Papier zu zerreißen oder auch Schokolade zu essen. Ja, deswegen mache ich das jetzt in seinem Kinderzimmer. Da kann ich nämlich dann schön die Tür zumachen heute Nacht. Kies schläft nämlich heute bei mir im Bett. Das habe ich ihm jetzt mal erlaubt. Ja, ich hätte das natürlich auch auf dem Balkon verstecken können, aber es soll wahrscheinlich heute Nacht regnen. Und das wäre natürlich auch nicht so gut, wenn die Sachen nass werden. Morgen früh, wenn Kies wach wird, dann wird er wahrscheinlich als erstes gleich sofort in sein Zimmer gehen und gucken, ob der Osterhase da war. So, das sind die Sachen, die ich jetzt verstecken muss. Er hat ein bisschen Schokolade und die Geschenke. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das hier alles auspacke und dann einzeln verstecke oder ob ich das einfach so lasse in diesen Tüten. Eigentlich würde das ja so reichen, aber Kies sucht halt liebend gerne. Und ja, mal gucken. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich weiß, der wird alles ganz, ganz schnell finden. Ich werde jetzt ganz, ganz schnell ins Bett gehen, denn diese Nacht wird uns ja auch wieder eine Stunde geklaut, da ja wieder Zeitumstellung auf Sommerzeit ist, was ich total nervig finde. Sollte abgeschafft werden, ich sehe da echt keinen Sinn drin. Aber nun gut, eine Stunde weniger Schlaf wegen Zeitumstellung und ich denke, Kies wird auch früher wach sein, weil er einfach zu aufgeregt ist. Ja, ich werde das bisschen Schlaf auf jeden Fall jetzt ganz schnell nutzen. Gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, das war es auch schon wieder, Geburtstag ist vorbei, wir fahren jetzt nach Hause. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da und gerne dürft ihr auch meinen Kanal kostenlos abonnieren. Bis zum nächsten Mal, tschüss!